So, wir machen weiter. Und zwar im Pokémon Center in Fuchsania City. Wir sehen uns hier erstmal bösen oben. Das ist ja schon ein bisschen canon hier. Gibt es das ein oder andere zu entdecken. Hier können wir später dann auch noch das Wisasam. Wollten wir ja noch einen Gyarados machen. Aber wir haben bisher noch keins. Aber als allererstes gehen wir erstmal hier rein. Genau, da bin ich nämlich schon mal gespannt drauf, was der so drauf hat. Bitte einmal das Richtige. Jawoll! Ist da jetzt effektiv? Feuerschlag, ne? Muss eigentlich schon Feuerschlag effektiv sein, oder? Safe. Jawoll! Das sieht auch schon viel besser aus als vorher, das Kluok. BAM! Weg! Weg! Weg mit dir, Radikal! Weg! Einfach weg! Weg! Nice! Ähm... Nö, kein Verwander. Bam! Feuerschlag! Zack! Kniescher! Kniescher! Ui! Gut, nochmal Feuerschlag. Mann! Quatsch! mal weiter und zwar ich habe gar keine lust mehr so krasse niederlagen zu machen haben und deswegen wechsle ich jetzt direkt um zu tutok weil diese dieser punk wird ein rihorn haben und wissen ja alle wasser gegen stein richtig schön effektiv tutok ganz kurz auf kampf hier gucken und zwar was ist jetzt besser das ist ganz gut da ist es nicht schlecht jetzt ist noch die frage was hat der nächste auch den feuer pokémon wir bleiben einfach mal drin wir bleiben einfach mal drin hatte feuer pokémon please das wäre so richtig geil habe ich wieder bock drauf magma jawohl jawohl es brennt wir probieren mal siede wasser aus da bin ich jetzt einfach mal für einfach mal siede wasser ausprobieren die attacke her als wenn das jetzt nicht das ist ja ultra low okay ist aber okay ist aber okay ich bin surfer nicer die du was das jetzt auch nicht schlecht von daher ist ganz okay denke mal dass ich jede wasser demnächst austauschen werde total recht level 37 das ist gut das ist ja vorher haben wir die ganze zeit nur verloren weil ich die tms einfach noch nicht eingelöst habe jetzt steht ich wieder was hat der nächste trainer ach du meine güte ich weiß überhaupt nicht was da hat ich weiß es nicht deswegen gehen wir mit relaxo rein rein eigentlich ein sehr guter gut und dann comment ja Wir versuchen es mit Durchbruch. Toxin. Ekelhafte Attacke. Sehr ekelhafte Attacke. Wirklich. Nein. Ich hab sie zwar auch, aber naja, naja, naja. What? Ist das nicht echt vertief? Gut, dann versuchen wir es mit Kopfnuss. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Okay, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Nice. Kopfnuss. Guck mal, ob ich es kann. Spielt ihr Java? Was? Spielt ihr alle Java? Nö, äh, ich spiel jetzt Fortnite. Ich auch. Probierst du willst es zu zeigen, wieso? Gut, ich bin, äh, ich bin im Pokémon Channel, ne? Ja. Rina, hä? Loll. Okay, gut. Jetzt gibt's auch's Maul. Über so's mit Donner. Einfach, weil die Attacke nice aussieht. Bam. Boah. Boah. Moin's, Ernst. Ja? Ja. Ja, wir wollen auch noch ein bisschen teuer. Ritten dürfen. Okay. Danke, Alter. Ja, war so nett. Erik, hast du diesen, äh, wenn du den Bettlipper ausgabst, kriegst du dann auch diesen Pfannkuchen-Man, der da so Pancakes als Gesicht hat, dann, also so Pancakes als Kopf, dann mit so'n Gesicht oben Aaron-Sirup drüber und dann so'n schönen Butterstück und dann halt anstatt Munition in so'n Gürtel und Körper praktisch Butter drin hat? Äh, ja. Ey, wie voll komisch aus. Jetzt halt ein Sieg war ja den. Ich war ja den. Ja, da kommt, ich sag's mal, ich, äh. Sie schon, warum? Ich, nee. Es leckert, nein, aber es... Danke dafür, in Vorhand. Ah, du bist bei mir und alles an. Nee, du bist nicht. So, den machen wir noch. Danke, Chrome, dass ihr einfach mal auf den Seite seid. Und süß. Und süß. Okay, ich mach mal kurz, FPS unbegrenzt. Ganz, ganz kurz. Äh. Ich bin mal kurz AFK. Ja, 400, 500 FPS gegen Flügel. Flügelschlag. Oh, das tut weh. Was? Ja, ich hab'n Glurak und Flügelschlag gegen Kampfpokémons. Einfach, krach. Weg damit. Okay, Marc. Ich hab's gut, bis es... Obwohl mal gut ist, ist es in eurem Stoltenhandel. Junge. Ich bin nur noch so ein Zentimeterladen. Ja, 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 jetzt ist auch dieses Buggy-Bild verschwunden. Verbindung mit Tänisch. Ich muss das Fahrzeug, um mich noch schneller über die Taktik zu legen. Hätte ich kaum gedacht, aber lass uns ein bisschen creative spielen, okay? Ja. Ey, so gewinnt man halt in Sieg. Einfach mal auf Kabel. Jawohl. 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 Ach, siehst du schon. Dass ich online bin? Äh, ja, ich komm nicht mit einem, ähm, ja. Das ist ein Dreck. Bin auch fast drin. Bin auch fast drin. Bin auch fast drin. Was ist drin? Jawohl. Es ist drin. Toros. Es ist drin. Nice. Okay, das ist sehr nice. Das Highlight. Sehr großes Highlight. Die fehlt sowieso nicht. So, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder in, äh, wie heißt das nochmal? Ah, scheiß was. In der City im, äh, Trade Park, damit wir uns einen shiny Garos machen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.